Hallöchen Freunde da sind wir wieder bei Assassin's Creed Revelations und wir machen uns jetzt hier wieder auf zum war da ne Kiste? Da ist ne Kiste? zur Fähre rüber denn da müssen wir wieder hin um die nächste Quest zu absolvieren zu starten wie auch immer und da geht es mal hier zu dem guten Mann Hallöchen bringen sie uns mal bitte rüber danke soo da sind wir nochmal in die Richtung und ich werd mal hier diesen Typen bezahlen hier quatscht man nicht so viel über mich hier ist ein paar hundert soo okay ich hab schon wieder irgendeine Kiste gehört da ist irgendwas ah da die hab ich jetzt gerade gar nicht gesehen irgendwie so weiter geht's so schnell wie möglich damit wir auch viel schaffen ne das wollen wir ja äh das ist irgendwie die falsche Richtung ich wollte mal ganz cool sein und das jetzt benutzen na das ist aber wirklich mal dreist so aber da sind wir ja auch schon ist das die Tür zufällig? ne ich glaube eine andere Tür ah hier gibt es Schäden? keine offensichtlichen byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber aber gute Pächter wenn sie einen Ort einnehmen halten sie ihn entstand weil sie vorhaben zu bleiben Kessin Lekle nun wie versprochen falls ihr lernen wollt eure eigenen Bomben zu bauen ich zeig's euch naja los zeig's uns nicht anfassen eine falsche Bewegung und Peng das Haus stürzt ein ist das euer Ernst? naja euer Gesichtsausdruck hier ich zeig's euch naja los zeig's uns wo? ach ja mal hier haben wir wieder Kisten die können wir erstmal ausräumen da sind ja noch ein paar Zutaten sicherlich drinnen die wir gebrauchen können so und dann schauen wir mal unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen der Hülse dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat manchmal fügen wir noch mehr hinzu aus Spaß doch dazu kommen wir später zunächst konzentrieren wir uns nur darauf ok das scheinen die verschiedenen Hülsen zu sein schätze ich mal wir nehmen jetzt einfach mal die hier oder die hier achso wir können nur die nehmen ok dann haben wir hier das zweite das sind die Rezeptoren dieses Schießpulver mit kleinen Explosionsradius mehrere Ziele hm mehrere Ziele klingt übrigens gut und der Effekt hm machen wir einfach mal das hier Bombe testen achso ja das war ja eh stimmt gut cool cool halt oh ok wir haben es auf jeden Fall gesehen ja kommen die nehmen wir jetzt immer mal stellen wir mal her ach so hier können wir noch mehr machen okay ihr werdet viele zutaten für bomben finden in der ganzen stadt also haltet die augen offen und die nase am boden wenn ihr herumlauft das sollte mich beschäftigen grazie jussuf kennt ihr dieses buch nein ein tagebuch sie der geheime kreuzzug von nicolo polo marcos vater ich fand es bei einem templar in masjaf es erwähnt die fünf schlüssel zu alter ihrs bibliothek nicolo versteckte sie in der stadt und die templar wissen davon also ein wettlauf gegen die zeit einen fanden sie schon unter topkapi den will ich mir holen und die anderen suchen also wo werdet ihr anfang am alten polo handelsposten denke ich sie hatten ein geschäft in der gegend oder ich glaube schon spricht mit einem mann namens piri race im bazar er kann euch die richtung weisen und euch ein paar mehr bombenrezepte beibringen falls euch danach ist das machen wir doch mal klappt so wir müssen dahinter macht auf jeden fall spaß da es auch so viele neue sachen gibt die gibt ja dann auch in 163 immer alles ganz lustig wie viele sich einfallen lassen es gibt immer grunde 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 so geht rein piri race ich glaube ich kann einige eurer frühen werke das klingt nach einer seiner übertreibungen sie er sagte ihr könntet mir den standort von nicolopoulos handelsposten zeigen ihr müsst dieser florenzali sein über den er ständig jammert lottario ezio das klingt doch alles gleich ja die alte polo faktorei westlich der aja sofia hier grazie josef erwähnte auch dass ihr der richtige mann wert um über spezielle pumpen zu reden ach dieser mann er redet zu viel er wird ich bin navigator in der marine zurzeit urlaubs im studium der kartografie doch in meiner zeit als soldat habe ich die artillerie und sprengstoffe schätzen gelernt das kam auch den assassin zugute es verschafft uns einen vorteil ich habe verschiedenste bomben nur für assassinen versteht sich tödliche taktische zur ablenkung und ein paar ausgefallene hülsen alles was ihr seht steht zum verkauf falls ihr beweist dass ihr damit umgehen könnt ich bin sehr gelehrig nun niemand hält euch auf gibt einfach bescheid ja aber ich sage erstmal so wir brauchen das erstmal nicht so sehr haben wir die noch nicht eingesetzt wir werden auch erstmal weitermachen in der mission wie komme ich denn hier wieder raus da und solchen sachen können wir uns dann noch später zu wenden was denn hier was was war das denn also ich habe jetzt noch nicht ganz gecheckt dass das jetzt gerade war aber gut so als habe ich den angequatscht das wollte ich gar nicht hier kommen die ganzen bomben kaufen allerdings auch nicht schlecht ja die wehrlosen berauben die haben mich angegriffen nein ich bin nicht am quatschen na gut dann können wir den anscheinend nicht ausrauben ok wir machen mal weiter fix darf ich mal bitte danke danke können bleibt man wieder was kaufen gibt es so einen laden irgendwo hier kann man renovieren mal gucken wie teuer das ist das ist teuer ich hoffe wir können es noch irgendwas leisten überhaupt jetzt ich will doch was kaufen was haben wir den hier reparieren ja gut können wir eigentlich mal kurz reparieren noch kann ja nicht schaden so dann zurück rüstung ach ich glaube jetzt nur das hier aber doch das kann ich kaufen gut mach mal auch sehr schick ich bin wieder ein bisschen besser unterwegs sage ich mal so jetzt gucke ich mal schnell auf die uhr 56 ich glaube es lohnt sich gar nicht mehr was richtiges anzufangen was haben wir denn hier eigentlich noch aber können sie nochmal ein bisschen die stadt angucken Oder mal schauen, was der Händler überhaupt zu bieten hat mit diesen Granaten. Wo ist denn der überhaupt? Da ist auch noch einer. Also die sind hier ganz schön verteilt, muss ich mal sagen. Und hier haben wir auch schon die Mission, die wir beginnen können. Hier geht es zu unserem Unterschlupf, glaube ich mal. Oder zur Schnellreise, wie auch immer. Und da ist noch ein Aussichtspunkt. Ach komm, den können wir uns noch holen. Oder ist er im Besitz von irgendwem? Nö, sieht nicht so aus. So. Na. Ah, hier. Da kann er hoch, sehr schön. Hier sind die Türme auch alle ein bisschen anders, finde ich gut. Alles nicht so gleich, ne. Da macht das Ganze auch schon mehr Spaß. Die ganze Architektur mal angucken, ne. Meine Katzen tränen gerade mal wieder am Rad. Ach, schön. So, da sind wir auch gleich oben. Sehr schick. Und da ist auch der Adler. Unser Kollege. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder weiter in der Hauptmission. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.